so das ding hab ich gehäutet das sieht man schon an dieser wunderschönen farbe aber wir können hier mal gucken was die hier fallen lassen haben oh nein da fahren wir kurz mal über die leiche das hat schon spaß gemacht wir gehen zwar langsam die munition aus aber das hat spaß und zwar ist das ziemlich viel arbeit immer alles bündern zu müssen da hinten ist doch noch ein leiche draufliegt genau das hätte immer so viele rumfahren müssen was wird denn mir da hinten eigentlich angezeigt aha wanted ok machen wir natürlich wir haben da hinten ein paar feinde zwei stücken genau zurzeit ich lasse noch aus hier zusammen das kannst du doch Da ist er noch. Jetzt nicht mehr. Ja, aber ich bräuchte Tarpiere. Ich glaub, ich halt mich auch einfach viel zu lang hier auf. Ganz ehrlich. Los geht's! Autsch. Ich glaub, ich muss da hin. Wie die immer springen können, die Jungs hier. Hallo. Was ist das denn für Affen? Toll. Ist noch ein ganzes Stück weiter. Wie es scheint. Kommt da drüber. Jawohl. Oh wow. Das ist noch ein Stückchen. So, was können wir uns dann herstellen? Guck grad mal. Herstellen. So, wir haben Medizin. Da haben wir... Können wir... Nichts herstellen. Ein Waffengurt. Können wir gar nicht herstellen. Brieftasche. Können wir nicht herstellen. Beuterrucksack. Können wir nicht herstellen. Beuterrucksack. Kleinen Spitzen... Wie auch immer. Ah! Leopardenfell. Interessant. Munitionsbeutel geht nicht. Turfgeschoss geht nicht. Genauso nicht. Wundefell. Davon Wundefell. Geht auch nicht. Okay. Pfeilköcher. Wo muss der Pfeilköpfer? Geht auch nicht. Oh, da ist ein Blatt. Hallo Blatt. Nein! Nicht runterfallen. Ich will doch was Blatt haben. Aha. Bernstein-Gelbes Blatt von so einer Trattentwicklung. Jagdinstinkt. Okay, machen wir doch einfach mal. Herstellen. Äh, was ist das? 8, 7, J, T. Hä? 8, 7, J, T. 8 oder 7? Machen wir 8. Was macht das? Ich würde das gerne wissen vorher. Äh. Tierwelt. Ziege. Okay. Herstellung. Ja. Äh. Jagd ist das, glaube ich. Verbessert ihr Jagdvermögen mit diesen Spritzen? Warum? Drücken wir einfach mal. Die Achten, dann wissen wir es. Was ist jetzt? Ich höre alles ganz komisch. Oh, ist das hübsches Wasser. Oh, hübsches Wasser. Oh, hübsches Wasser. Tja. Versteh ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Neues Tutorial. Gegner markieren. Ja, das wissen wir doch schon. Oh, oh. Tja. Oh. Oh, o. Tja. 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 Ich kann mich nix verstecken, natürlich kann ich das, wir sind doch unter einem Hunde. Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich schaff's nicht! Ah, na gut, dann kommt mal hier in die Nähe. Ich hab keine Ration mehr! Oh, es brennt! Ich hab 2 Watt gemacht! Oh, mein Gott! Ah, guck mal hier! Was ist das? Ah! Ah! Harten Ausdeck! Ah! 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 mal, das habe ich nicht richtig gesehen. Ja, ich weiß es doch, verdammt. Ah, ich muss wieder rennen, ich möchte das Ding mit uns in die Position nicht, ehrlich gesagt, nicht verschwenden, meine Freunde und ich rede gerade so viel spät, ich fällt mir auf, ich bin gerade ziemlich konzentriert, aber ich weiß doch ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. So, auch hier rauf jetzt endlich, zack, na los, komm, okay. So, welcher ist das denn? So, zu denen brennen wir jetzt, na, nachladen, gut. Welcher von den beiden ist der nicht, der mit Meister geduldet werden muss. Okay, das ist der. Das gibt's doch nicht. Okay, der ist tot, muss ich behaupten. Oh oh. So, wir holen uns hier das Zeug raus. Die suchen mich. Die finden mich nicht. Nein, nicht. So, wir gucken jetzt gerade noch auf die Karte. Ne, ich starte noch auf die Karte. Äh. Kann man auch irgendwie sagen, hier die und die, ich weiß, ist das irgendwie Mission oder so, was man, was für eine Mission man gerade ist? Äh, ich weiß jetzt gerade nicht. Fähigkeiten, Herstellung, weite Rücksacke. Gut, anscheinend irgendwie nicht. Wir reißen einfach mal nach Hammung. Wir haben Speicherkarten um die Verbindung und gucken, blablabla, wie auch immer. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Guck mal hier. Munition, Faustwaffen, äh, Munition natürlich. Dankeschön. Ach, da geht's raus. Hey, sexy Lady! Na gut, bringt mir jetzt auch nicht sehr viel. Wie seh ich denn und wo seh ich denn und was seh ich denn, was, wo, warum zu tun ist? Jetzt seh ich zum Beispiel, dass da, doch da hinten seh ich's. Ah, jetzt muss ich da wieder hinfahren. Ich hab grad kein Auto. Da ist ne gelbe Flüte, die will ich haben. Na ja, ich hab's jetzt nicht gesehen, aber gut. Ah, zu hoch. Ah, 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 ah. Da unten das Ding, ne. Da! Lalalalalalalala. Wie komm ich da jetzt hin? Ohne Auto? Es ist nämlich ziemlich weit. Das ist da oben. Ach, guck mal hier. Nimm mir das Ding. Ich habe sogar ein Ratatatatatatatatatatatatatatatte oben drauf Intel agieren! Los gehts und los! Dad Soo! Das muss doch irgendwie so ein Zubturm sein, ab dahinten die Zubturm zu machen. So diesen Zubturm ist es hier, weil wir dann noch endlich sehen, was hier in der Nähe ist. Das sind die Gegner. Was für eine blöde Musik, ey. Oh man, das Ding sieht ja scheußlich aus. Irgendwann muss es oben drauf gehen. Nur noch nicht verschonten, wo? Hä, diesen Schmack. Sieht nicht gut aus. Scheiße. Warum schreit hier einer so? Sei mal ruhig da unten hier. Ich störe mich nicht. Wow. Da sind ein paar. Verstehe ich nur nicht. Soll ich denn da hochkommen? Wie soll das denn funktionieren? Soll ich hier mich hochbacken oder was? Öh. Komm schon. Jetzt. Ach, oben. Sehr gut. Hallo. Oh man, das ist vielleicht eine Wegstrecke. Wer würde denn freiwillig so ein blödes Ding hier hochgehen? Sieht zwar sehr schön aus, aber man wurde hier gebaut. 1970. Weiß nicht, ob das geht. Wer zum Teufel war das? Wer zum Teufel war das? Wer zum Teufel war das? Öh. Neiiiin. Oh nein, 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 nein. Meine lieben Freunde. Ich will gar nicht wissen, wo ich jetzt auftauche, um ehrlich zu sein. Ach, da oben bin ich ja. Ah, ist ja gut. Mann. Mann. W tod